Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute wird es ganz besonders spannend. Es geht um Computermodelle, Simulationen, Algorithmen. Was ist möglich und wo sind die Grenzen? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Bernd Simeon. Wir sind hier an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern Landau. Ich atme einmal durch. Das ist ein langer Name. Danke, dass Sie mich hier empfangen. Ich würde Sie gerne erst mal vorstellen, bevor wir über Ihr Buch sprechen. Ich möchte es direkt mal in die Kamera halten, weil ich glaube, der Titel ist auch nochmal ein guter Einstieg für dieses Interview. Die Macht der Computermodelle, Quellen der Erkenntnis oder Digitale Orakel. Sehr schön. Schöner Titel haben Sie sich ausgesucht. Sie sind Mathematikprofessor, Buchautor, wie ich eben erwähnt hatte. Sie haben schon über 20 Jahre Erfahrung als Mathematikprofessor an fünf verschiedenen Universitäten in Deutschland. Sie haben bereits über zwei Dutzend, ich glaube, es waren 30 Doktoranden begleitet, die in den verschiedensten Branchen arbeiten. Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter. Was habe ich noch aufgeschrieben? Simulation, Softwareentwicklung, IT-Branche und natürlich Forschungsinstitute und Universitäten. Das heißt, Sie haben viele junge Menschen auch begleitet. Da sieht man auch mal, wo die Mathematik eigentlich überall eine Rolle spielt. Sie haben 115, ich habe es mal gezählt aus Ihrer Vita, Publikationen bereits geschrieben. Soll ich mal eine Überschrift vorlesen? Damit können die Zuschauer wahrscheinlich nicht so viel anfangen, aber können wir gerne mal machen. Hier 2022 haben Sie was veröffentlicht mit zwei anderen Kollegen. A physics-based model reduction approach for node-to-segment contact problems in linear elasticity. Darüber sprechen wir heute nicht. Ihre Forschungsinteressen und Schwerpunkte sind angewandte und numerische Mathematik. Und vielleicht erst mal, wenn ich Sie jetzt schon so vorstelle, dass Sie auch mal was sprechen, dass Sie auch mal was sagen können, warum Mathematik und was ist angewandte Mathematik? Ja, also zunächst herzlich willkommen hier. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen. Und natürlich habe ich jetzt eine große Herausforderung von mir vor mir, indem ich versuche, Mathematik und das, was viele Menschen abstreckt, zu transportieren, zu vereinfachen, anschaulich zu machen. Und gerade jetzt in der angewandten Mathematik, denke ich, beschäftigen wir uns insbesondere mit Themen, die zum Beispiel aus den Ingenieurwissenschaften an uns herangetragen werden. Stichwort Elektrotechnik, Halbleiter oder im Maschinenwesen sogenannte Mehrkörperprobleme. Das ist sehr wichtig in der Automobilindustrie, aber auch im Bereich der Robotik. Hat auch Anwendungen in der Biomechanik. Das Spannende ist in der angewandten Mathematik, dass wir grundsätzlich Strukturen untersuchen, also Gleichungssysteme, die aber oft in verschiedenen Anwendungen in der gleichen Gestalt daherkommen. Das heißt, ich habe eine Methodik, mit der ich nicht nur eine bestimmte Problemstellung angehen kann, sondern ich kann auch ganz andere Problemstellungen aus anderen Disziplinen mit der gleichen Methodik behandeln. Insofern ist ein angewandter Mathematiker sehr oft jemand, der interdisziplinär arbeitet und verschiedene Anwendungsbereiche abdecken kann. Das sieht man auch, oder das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, über die Macht der Computermodelle, wo diese Modellierungen eigentlich überall auch angewendet werden. In einem Artikel hier im Wetterbericht Konstruktion eines Wolkenkratzers bei der Routenplanung und so weiter und so fort. Und natürlich auch in der Simulation von Wetterdaten, Stichwort Klimaprognosen natürlich auch. Oder auch, kleiner Stichwort hier, die Corona-Pandemie, natürlich die Computermodelle, die auch dazu geführt haben, dass bestimmte Maßnahmen eingeführt wurden. Jetzt Stichwort Lockdown und so weiter und so fort. Das können wir vielleicht noch am Rande besprechen. Ich würde noch gerne Ihre Forschungsinteressen und Schwerpunkte noch vorstellen, damit die Leute ein Bild davon haben, was sie eigentlich so alles machen. Ein weiterer Punkt sind numerische Simulationsverfahren. Können Sie das erklären und vielleicht auch mal erläutern, was eine Simulation eigentlich wirklich ist? Okay, vielleicht fange ich da auch sehr konkret an. Es gibt tatsächlich zum Begriff der Simulation eine VDI-Norm. VDI ist Verband der Deutschen Ingenieure. Und da ist also normiert worden, was Simulation eigentlich bedeutet. Der Begriff ist ja in aller Munde. Es steht dort, Simulation ist das Nachbilden eines realen Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Ein langer Satz. Also es geht um Erkenntnisse, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Aber wir bilden diese Prozesse nach, entweder im Computer. Simulation kann aber auch zum Beispiel bedeuten, dass ich in einem Windkanal die Strömungsmechanik eines Flugzeugprototypen untersuche. Heutzutage würde man aber typischerweise Simulation sehr stark auf den Computer fokussieren und sagen, das ist das, was wir mit Computermodellen berechnen. Und dann wollen wir daraus Erkenntnisse ableiten, die sich auf die Wirklichkeit übertragen lassen. Das ist die grundsätzliche Definition. Um jetzt so eine Simulation zu betreiben mit einem Computermodell, haben wir verschiedene Schritte. Und vielleicht sollte ich sagen, die Begriffsbildung, die ich jetzt verwende, die ist nicht so ganz eindeutig. Aber ich versuche das rüberzubringen, sodass wir sagen können, Computermodell ist erstmal alles, die Gesamtheit. Aber innerhalb des Computermodells muss ich jetzt Schritt 1, 2, 3 unterscheiden und entsprechend vorgehen. Und typischerweise wäre das Schritt 1, dass ich eine formelmäßige Beschreibung des Systems brauche, mit dem ich mich beschäftige. Formelmäßig heißt, ich schaue zum Beispiel in die Physik oder in die Chemie. Da gibt es entsprechende Zusammenhänge, werden ausgedrückt mit der Formelsprache der Mathematik. Und diese Zusammenhänge muss ich dann im nächsten Schritt versuchen, in den Computer zu bringen. Ich kann dazu ein Beispiel hernehmen. Da haben wir hier schon aufgestellt, Oskar, den Spielzeugspecht. Das ist also jetzt ein reales System. Und dieses reale System wird mit den Gesetzen der Mechanik beschrieben. Ich kann das jetzt hier einmal loslaufen lassen. Der Specht hüpft also die Stange hier unter. Und jetzt wollen wir es wieder stoppen. Okay. Die Frage ist, wie kann ich das jetzt, das reale System, in ein Computermodell überführen? Der Schritt 1 wäre, hier gelten die Gesetze der Mechanik. Da würde man sowas formulieren wie, maximal Beschleunigung ist wirkende Kraft. Hier würde die Schwerkraft den Specht nach unten ziehen. Zusätzlich hätten wir Reibungseffekte. Der Specht klemmt jetzt, der kann ich einfach runterfallen, etc. Das sind dann durchaus schon komplizierte Gleichungen. Im nächsten Schritt muss ich versuchen, dann diese Gleichungen auszuwerten. Weil im Computermodell wird es bedeuten, Zeitpunkt 1, Specht ist hier. Zeitpunkt 2, Specht ist da. Zu jedem Zeitpunkt brauche ich die Position und den Winkel, den der Spechtkörper hier im Vergleich zur Stange einnimmt. Das kann ich jetzt aber nicht einfach hinschreiben, Zeitpunkt 1, Winkel ist so und so, Zeitpunkt 2, Winkel ist so und so. Das ist eine sehr komplizierte Gleichung, die ich nur noch nährungsweise lösen kann. Was nährungsweise bedeutet, komme ich gleich dazu. Fassen wir vielleicht zunächst zusammen, was am Ende des Tages dann hier für dieses Modell resultiert. Es gibt einen Algorithmus, der Schritt für Schritt die Position und den Winkel des Spechts berechnet zu jedem Zeitpunkt. Und dieser Algorithmus spuckt dann eine Menge von Zahlen aus. Deswegen sagen wir auch numerische Mathematik oder numerische Simulation, denn numerisch bedeutet zahlenmäßig. Ich will also am Ende des Tages wirklich belastbare Zahlen haben. und diese dann interpretieren. Und das wäre dann der finale Schritt, dass ich das, was hier passiert, umsetze, zum Beispiel in eine Animation. Und dann hüpft der Specht im Computer die Stange hinunter. Das wäre das Simulationsmodell. Jetzt sollten wir noch klären, was bedeutet nährungsweise. Hier zum Beispiel könnte man für die Lösung der Modellgleichungen ein Verfahren anwenden. Das nennt sich das Euler-Chip-Polygonzug-Verfahren. Das hört sich kompliziert an. Ja, und ganz einfach würde das Folgendes bedeuten. Wir stellen uns einen Kreis vor. Und nehmen jetzt an, ich kann diesen Kreis nicht exakt zeichnen. Stattdessen ersetze ich den Specht. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, den Oscar. Dann ersetzen wir den Kreis durch ein Quadrat. Und die Eckpunkte des Quadrates, die liegen auf dem Kreis. Dann wäre das Quadrat eine erste grobe Approximation des Kreises. Im nächsten Schritt kann ich das Quadrat ersetzen durch ein Achteck. Dann liegen acht Punkte auf dem Kreis. Und tatsächlich bedeutet das, dass ich dann den Kreis durch eine Sequenz von geraden Stückchen approximiere. Das Achteck wird berandet durch geraden Stückchen. Und dann wäre dieses Achteck eine bessere Approximation als das Quadrat. Diesen Schritt kann ich wiederholen und gehe zu einem 16-Eck über. Am Ende habe ich ein Polygon. Ein Polygon bedeutet eine Sequenz von geraden Stückchen, das den Kreis approximiert. Und mit diesem Polygon kann ich tatsächlich dann rechnen und das auch zum Beispiel grafisch aufbereiten. Genau das würden wir hier auch machen. Wir würden die komplizierte Gleichung ersetzen durch etwas, was durch ein Polygon dargestellt werden kann. Und das muss ich zu jedem Zeitpunkt machen. Das liefert also dann entsprechend der Computer zu jedem Zeitpunkt die Antwort. Und das kann ich dann in eine Animation und einen kleinen Film umsetzen. Das wäre dann das Computermodell als Ganzes. Mir sind so viele, ich habe jetzt versucht zurückzudenken an meinen Mathematikunterricht damals am Gymnasium. Ich war in Österreich an so einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Und das war schon ziemlich anspruchsvoll und jetzt so annäherungsweise. War da nicht irgendwas auch mit Integral- oder Differenzialrechnung? Das hat man doch auch immer nur annäherungsweise gemacht. Oder war es Integralrechnung, ne? Ja, also man kann, was ich jetzt gerade beschrieben habe, kann man zum Beispiel benutzen, um den Flächeninhalt des Kreises zu berechnen. Dann brauchen wir die Zahl Pi und das würden wir dann entsprechend approximieren durch so eine Sekretung. Ich hatte ja immer so den Horror vor diesen Extremwertaufgaben. Die fand ich immer ganz schwer. Ja, also das spielt alles hier hinein. Tatsächlich dieser Kalkül, mit dem ich hier die Bewegungsgleichung aus der Mechanik herleite, der benutzt Differenzialrechnung, der benutzt Integralrechnung. Aber er ist doch nochmal eine Stufe komplexer als das, was man in der Schule macht. Davon gehe ich natürlich aus. Sie haben jetzt einen weiteren Begriff verwendet und zwar den Algorithmus. Und diesen Begriff benutzen ja Leute, das ist ja jetzt schon umgangssprachlich fast schon. Also das hat Einzug erhalten in unseren Sprachgebrauch. Der Algorithmus von YouTube, von TikTok. Also ich sage selber, ja, der Algorithmus von TikTok ist wahrscheinlich der Beste, weil der mir schon Dinge zeigt, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich sie sehen will. Aber vielleicht können Sie mir jetzt einmal sagen, wie man Algorithmus tatsächlich definiert und was das bedeutet, weil es ist ja auch Mathematik. Ja, also zunächst sollte man sagen, ein Algorithmus braucht immer auch eine Modellvorstellung. Er muss irgendwie zum Beispiel wissen, ich bewerte Internetzeiten, ich bewerte andere Zusammenhänge nach einem gewissen Schema. Das wäre jetzt wieder das mathematische Modell, mit dem ich über Formeln und entsprechende Zahlen ausdrücke, sage, das ist gut, das ist schlecht, das ist etwas, was ich versuche zu verbessern. Darf ich da nochmal nachfragen? Also brauchst du ein Ziel oder einen Rahmen? Wir könnten mathematisch sagen, eine Art Ziel funktional. Also zum Beispiel jetzt bei TikTok, ich möchte es mal ein bisschen anschaulich machen, ist das Ziel, ich möchte, dass die Leute so lange auf dieser Plattform bleiben, wie nur möglich. Das ist doch das Ziel von jeder Social Media Plattform. Genau, das muss ich in Formeln fassen. Ich muss sagen, die Zeit, die kann ich irgendwie messen, die soll maximiert werden. Das ist dann eine Optimierungsaufgabe. Das ist zunächst der formale Rahmen. Der Algorithmus ist die Lösung der Aufgabe. Das ist also ein Schema, das dann versucht, diese Aufgabe möglichst gut zu lösen. Und dieser Algorithmus wird dann, wenn die Rahmenbedingungen einmal definiert sind, immer wieder angewandt, entsprechend laufend aufgerufen, wird vielleicht auch über Monate, Jahre hinweg verbessert. Im Algorithmus gibt es dann Parameter, an denen man drehen kann, kleine Stellschrauben, die dafür sorgen, dass das entsprechend gut funktioniert oder vielleicht langfristig sogar noch besser als die Konkurrenz funktioniert. Das heißt, ein Algorithmus hat eine ganz wesentliche Eigenschaft. Er kann programmiert werden. Das heißt, es ist eine Sequenz von Schritten, die man ausführt und dem Computer dann entsprechend überlässt. Der Computer macht das. Insofern sollte man das trennen von dem mathematischen Modell. Das ist der Oberbau, in dem ich Zusammenhänge formuliere. Der Algorithmus ist das ausführende Organ, der dann die Lösung liefert und das natürlich hoffentlich in kurzer Zeit und entsprechend optimiert. Ich hoffe, wir haben jetzt die Begrifflichkeiten, die wir wahrscheinlich in diesem Gespräch noch öfters verwenden werden, also Simulation, Algorithmus, Modell geklärt. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, das in eigene Worte zu fassen, ich glaube, dann würde ich mich schon schwer tun, muss ich ehrlich sagen. Das ist vielleicht auch für mich die Motivation, wenn ich sage, das Computermodell ist natürlich erstmal eine Art Blackbox. Und wir erschrecken, auch ich erschrecke manchmal vor der Komplexität dessen, was sich dahinter verbirgt. Entsprechend ist die Gefahr groß, dass wir, weil wir damit eigentlich nichts zu tun haben wollen, wir vertrauen blind, dass wir da an die Thematik zu naiv herangehen. Das ist, denke ich, auch die Hauptmessage, die ich jetzt hier weitergeben möchte. Wir sollten versuchen, trotzdem hinter die Dinge zu schauen und zu verstehen, dass ein Algorithmus oder ein Computermodell falsch liegen kann, dass es Fallstricke gibt. Und diese Fallstricke sollten sowohl dem Laien wie auch dem Experten bewusst sein. Und darauf werden wir heute auf jeden Fall noch weiter eingehen. Ich möchte noch gerne ein paar Dinge noch weiter vorstellen, die ich sehr spannend finde, auch was so ihre Schwerpunkte angeht. Weitere zwei davon sind Computational Mechanics, also Mehrkörperdynamik und biomechanische Anwendungen. Da muss ich erst drüber nachdenken und dann habe ich verstanden, Ah ja, Biomechanik, also es ist einfach so Bewegungsapparat, oder? Ja, also das hat insbesondere dann die Zielsetzung, dass wir eine Vorstellung, die wir in der Mechanik haben, mit der wir zum Beispiel Roboter oder Fahrzeuge oder den Spielzeugspecht beschreiben, dass wir diese Modellierungstechnik übertragen, zum Beispiel auf den menschlichen Körper. Das ist in den Sportwissenschaften sehr populär. Man will die Performance eines Hochleistungssportlers verbessern, indem man zum Beispiel dann den Bewegungsablauf mit entsprechendem Motion Capturing, so nennt sich das, ganz genau aufnimmt mit einer Kamera und das dann vergleicht mit einem Computermodell, in dem zum Beispiel die wirkenden Kräfte analysiert werden. Und dann kann man versuchen, den Bewegungsablauf zu verbessern. Das wird auch eingesetzt in anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Arbeitsschutz, Montagesimulation, Arbeiter, die einen ganzen Tag die gleiche Bewegung durchführen, die bekommen vielleicht irgendwann Bandscheibenprobleme, kann man die Bewegungen anders gestalten, den Montageprozess so verändern, dass die Belastung geringer wird. Auch das wird dann mit einem entsprechenden biomechanischen Computermodell untersucht. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, an was ich jetzt da sofort denken muss, ist zum Beispiel an Leute, die im Lager arbeiten, die ja oft dieselben Bewegungen machen müssen oder auch im Fließband. Ich weiß gar nicht, ob das noch immer so viele Menschen machen müssen überhaupt. Also Fließbandarbeit, ist das nicht weitestgehend robotisiert? Ja, das ist interessant. Also gerade in der Automobilindustrie gibt es natürlich Abläufe, wo wir einfach dem Roboter die Arbeit übergeben. Es gibt aber Dinge, die der Roboter noch nicht kann. Und das betrifft insbesondere die sogenannte Kabelmontage. Ein modernes Auto besteht ja im Prinzip aus mehreren Kilometern Kabeln. Das ist ein Hochleistungskomputer mit diversen Prozessoren überall im Auto verteilt. Das auch Auto fahren kann. Das auch Auto fahren, ja. Und das Anbringen der Kabel, das macht immer noch der Mensch. Weil das bedeutet im Motorraum zum Beispiel, da sind komische Ecken, da muss ich dann als Mensch versuchen, irgendwo hinzukommen und ein Kabel einzustecken. Das kann der Roboter so noch nicht. Und diese Antworten sind enorm, was auch so die körperliche Belastung betrifft. Gerade in diesem Feld ist die Ergonomie dann wichtig. Und man versucht die Montageplanung so zu machen, in welchem Schritt mache ich was, damit der Arbeiter möglichst wenig belastet wird. Und ist man da schon weit gekommen? Also dass man da versucht, die Dinge anders zu regeln? Ja, das wird eigentlich dann diskutiert in Zusammenarbeit mit entsprechenden Medizinern, die aus der Ergonomieforschung herauskommen. Weil der Mathematiker oder auch der Ingenieur, der so eine Simulation macht, der kann nicht beurteilen, was gut oder schlecht ist. Das kann eigentlich nur der Anwender. Er macht quasi das Modell und präsentiert dann die Ergebnisse und die werden dann von den weiteren Experten dann quasi... Genau, das ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die dann oft notwendig ist, um überhaupt dann Erkenntnisse abzuleiten, die man verwenden kann. Die ja auch oft in der Wissenschaft ja auch bemängelt wird, dass die nicht ausreichend stattfindet. Ja, also ich würde sagen, es tut sich da immer mehr. Aber natürlich ist es schwierig. Schwierig insofern, als die einzelnen Fächer zum Beispiel schon eine eigene Sprache sprechen. Wir haben aktuell ein Modell, das auch im Bereich jetzt Biomedizin angesiedelt ist. Da geht es um die Züchtung von Meniskusgewebe. In diesem Projekt arbeiten wir mit Biologen und Medizinern zusammen. Und die Mediziner und die Biologen charakterisieren zum Beispiel Zellkulturen über den Prozess des Differenzierens. Zellen, Stammzellen differenzieren sich in verschiedene andere Zelltypen. Als Mathematiker, wenn ich Differenzieren höre, ableiten. Ich nehme eine Funktion und ich leite die Funktion ab. S von X ist gleich... So weit komme ich noch mit. Das S-Strich von X, das Ableiten. In der Biologie ist aber das Differenzieren die Entwicklung einer Zelle, einer Stammzelle hin zu anderen Zelltypen. Also ein ganz anderer Vorgang. Wenn ich also einen Vortrag jetzt aus der Biologie höre und da spricht immer von Differenzieren, dann bin ich sofort falsch. Das heißt, ich muss erst mal die Sprache des Anwenders lernen. Und das ist oft ein mühseliger Prozess. Mit den Ingenieuren geht das hervorragend, weil wir da die gemeinsame Plattform haben, mit den Physikern auch. Chemie wird schon schwieriger. Biologie und auch Geisteswissenschaften. Dort gibt es ja inzwischen auch sehr viele Computermodelle. Da ist es extrem aufwendig, erst mal in die gemeinsame Sprache hineinzukommen. Bevor ich jetzt da weitermache mit meiner Vorstellung, was für Computermodelle werden denn in den Geisteswissenschaften, die ja auch von meiner Zunft, ich bin ja BWLer, Gott, uns lacht ja jeder aus, aber die ja auch von den BWLern so ein bisschen belächelt werden, die Sozialpädagogen und so weiter. Aber was wird denn da angewandt? Es gibt aktuell in Berlin ein riesiges Forschungsprojekt, ein sogenanntes Cluster im Rahmen der Exzellenzinitiative. Und Computermodelle ist da das zentrale Thema. Und dort gibt es eine Reihe von Projekten, wo es zum Beispiel um Archäologie geht. Darum studiert man dann, wie sich die Kupferverarbeitung im Mittelmeerraum ausgebreitet hat vor mehreren tausend Jahren. Das heißt, man hat archäologische Funde und dann kann man das in eine Karte eintragen und dann schauen, okay, irgendwo hier ist der Ursprung. Das entwickelt sich dann über die Fundstätten in die und die Richtung. Man kann es ja auch datieren. Und dann kann man versuchen, diesen Prozess auch zu simulieren und damit vielleicht neue Fundstätten zu finden, also eine Prognose zu machen, aha, die sind in diese Richtung gewandert. Eigentlich wäre es naheliegend, da und da könnten auch noch Fundstätten sein. Ja, spannend. Da sieht man mal, wo das überall angewendet wird, also wirklich in den unterschiedlichsten Disziplinen. Sie hatten jetzt eben gerade dieses interdisziplinäre Projekt erwähnt, wo es um Meniskusgewebe geht. Das ist ja auch Ihr jüngster Grant, den Sie auch erhalten haben. Grant sind Drittmittel aus öffentlich geförderten Projekten, also quasi Zuschüsse, Zuwendungen, wie auch immer. Da wollte ich noch gerne erwähnen, dass Sie in den letzten 20 Jahren knapp drei Millionen Euro an Zuwendungen und Zuschüssen erhalten haben. Ich fand das beeindruckend. Ich habe gedacht, wow, ist das viel. Mir war gar nicht bewusst, dass die Mathematik so gut zuwendet, also pensioniert, also dass sie so gut gefördert, so kann man es ja auch sagen, wird. Wir hatten dann auch darüber gesprochen, dass das gar nicht so viel ist eigentlich. Ja, ich würde sagen, es ist gut. Ich bin da durchaus stolz darauf, aber es gibt Kollegen, die haben noch deutlich mehr. Und wenn ich in andere Disziplinen hineinschaue, insbesondere die Ingenieurwissenschaften, da gibt es dann Lehrstühle, Arbeitsgruppen, die erwirtschaften das in einem oder zwei Jahren. Bedeutet dann natürlich auch, dass der Professor stärker in das Management geht, dass er also entsprechend Projekte akquiriert und schaut, dass er seine 20, 30 Mitarbeiter mit Drittmitteln und entsprechenden Geldern versorgen kann, sodass er diese Arbeitsgruppe oder eigentlich diese kleine Firma neben dem eigentlichen Hochschulberuf oder Hochschullehrerberuf tatsächlich am Leben erhalten kann. Wenn wir jetzt bei diesem Thema kurz sind, dann möchte ich diesen extra, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute das auch interessiert, diese Drittmittel, weil die Wissenschaft hat ja auch ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, um das mal so milde zu sagen. Und die Frage ist ja oft, was wird da gefördert? Woher kommt das Geld? Kommt das Geld, also Sie haben jetzt Ingenieurswesen gesagt, dass da viel Geld hingeht. Wo kommt das dann eigentlich her? Sind das dann öffentliche Institutionen das machen oder eher private? Ich würde sagen, in den Disziplinen Mathematik, Physik, Chemie, Exakt und Naturwissenschaften, die Geldgeber sind meistens die öffentliche Hand. Da gibt es die Deutsche Forschungsgemeinschaft und diverse andere Förderlinien, auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das dann Ausschreibungen macht. Da kann man sich bewerben. Die Erfolgsquote ist dann oft nicht besonders. Also ich würde sagen, 20 Prozent ist vielleicht eine durchschnittliche Erfolgsquote. Entsprechend hat man viel mehr Anträge als das, was tatsächlich dann genehmigt wird. Wenn wir stärker in die Anwendungen reingehen, Ingenieurdisziplinen, da kommt dann der Großteil der Gelder eigentlich aus der Industrie. Die Industrie vergibt dann Forschungsaufträge an die Universitäten. Und diese Forschungsaufträge sind dann oft auch sehr viel kürzer, was die Zeitachse betrifft. Das heißt, ein Industrieunternehmen kann nicht drei Jahre warten, bis eine Promotion abgeschlossen ist. Da sagt man dann, nach sechs Monaten brauche ich ein Simulationsergebnis. Und dafür gibt es dann entsprechend Geld. Also das heißt, es kommt schon Geld aus dem privaten Bereich. Und das ist ja so diese große Angst oder auch diese, die im Raum steht. Und ich meine, es gibt auch Literatur zu diesem Thema, dass quasi Wissenschaft gekauft ist. Das ist sicher berechtigt. Das gibt es. Und man sollte auch dazu sagen, Wissenschaft hört sich immer sozusagen nach Perfektion, nach hehren Zielen an. Aber Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Das heißt, hier gibt es natürlich auch Dinge, Dinge, die negativ sind, Kungeleien. Es gibt dann den Fokus auf Gelder einwerben. Und es kann tatsächlich auch passieren, dass man die wissenschaftliche Redlichkeit ein bisschen hinten anstellt. Ich würde aber nicht sagen, dass das gang und gäbe ist, aber es kann passieren tatsächlich. Und umgekehrt auch das, was die öffentliche Hand uns an Fördermöglichkeiten gibt, bedeutet, dass wir oft etwas dann angeboten bekommen. Wir können uns dazu bewerben, was schon eine gewisse Forschungsrichtung vorgibt. Und die Forschung ist nicht mehr so frei, wie sie vielleicht früher war, denn wir sind auf diese Projektgelder angewiesen. Und wenn jetzt also das Bundesministerium für Bildung und Forschung aktuell für die Mathematik das Thema Nachhaltigkeit vorgibt, dann ist das an sich gut und hat natürlich gesellschaftlichen Bezug. Aber wir sind dann nicht frei in dem, was wir machen, wenn wir uns dafür bewerben. Und damit haben wir natürlich eine Steuermöglichkeit für den Staat oder für die entsprechenden Instanzen, die Wissenschaft in diese oder in die andere Richtung zu lenken. Die Grundfinanzierung der Hochschulen ist seit vielen Jahren nicht so gewachsen, wie es sein müsste. Das heißt, wir sind sehr viel stärker als früher darauf angewiesen, Projektmittel einzuwerben. Und wenn ich mich als Professor auch dann oder als Nachwuchswissenschaftler auf eine Stelle bewerbe, die Publikation, das ist das eine Maß, mit dem man gemessen wird, immer mehr zählt aber auch, wie drittmittelstark man ist. Ja, ich meine, es ist interessant, was Sie erzählen, weil es ist erstens natürlich nachvollziehbar, dass Professoren auch nur Menschen sind und auch Eigeninteressen haben. Dann gibt es noch Fremdinteressen und man versucht, in diesem Spannungsfeld irgendwie klarzukommen. Und auch mit diesem Thema, was wird gefördert, in welche Richtung wird es gelenkt? Und wie frei ist es dann wirklich? Ich meine, wie frei ist irgendjemand überhaupt? Ja, wir sind alle in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis. Aber wenn Sie dann auch schon sagen, man sieht, dass es alles ein bisschen enger wird, es ist ja auch schon ein Trend, den man beobachten kann und sagen kann, okay, was können wir vielleicht dagegen tun, damit die Wissenschaft etwas wieder freier wird? Also sofern da überhaupt etwas möglich ist. Und gut, wir sprechen ja hier, also ich würde sagen, das ist ja schon mal was Positives und würde ich auch gerne zu diesem Thema kommen. Die Macht der Computermodelle, Quellen der Erkenntnis oder digitale Orakel. Ich finde ja dieses Wort Orakel so schön. Ich habe nochmal nachgeguckt, was es bedeutet. Und es waren rätselhafte, mehrdeutige Aussagen über die Zukunft. So, glaube ich, war eine Definition davon. Das heißt, das passt ja eigentlich ganz gut zu Simulationen, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, ein bisschen mehrdeutige, rätselhafte Aussagen über die Zukunft. Aber auf der anderen Seite können Sie uns auch Erkenntnisse geben und vielleicht so einen gewissen Weg weisen. Aber Sie stellen das ja in Frage und um das vielleicht anhand eines sehr guten Beispiels mal kurz zu veranschaulichen, ist dieses Computermodell, das in der Corona-Pandemie angewendet wurde. Sie haben hier das, ich will es nur kurz anreißen, da wurden 940 Parameter, wie sagt man denn, angewendet? Erstmal geschätzt. Geschätzt, ja. Und von denen auch viele zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar waren. Das heißt, da war viel Schätzung einfach. Und anhand dieser Parameter und anhand dieser Simulation wurden dann bestimmte Maßnahmen eingeführt. Und ich glaube, das veranschaulicht schon mal, was eigentlich da auch schief gehen kann, sagen wir es mal ganz deutlich, mit diesen Computermodellen. Vielleicht können Sie das noch nur kurz einmal zusammenfassen, weil ich glaube, dieses Beispiel ist tatsächlich bei jedem wirklich sehr präsent. Ja, es geht hier ganz konkret um eine Vorhersage, die im März 2020 gemacht wurde am Imperial College in London. Eine Arbeitsgruppe, die sich schon lange mit der Ausbreitung von Infektionen in gewissen Populationen beschäftigt. Und deren Computermodell ist enorm komplex. Wenn man jetzt gerade zu Beginn einer Pandemie damit eine Aussage treffen will, muss man diese Parameter irgendwie schätzen. 49 Parameter, da ist eigentlich jedem Experten sofort klar, das ist hoffnungslos. Selbst wenn ich jetzt drei Jahre nach der Pandemie oder drei Jahre nach Beginn der Pandemie das versuchen würde, wäre es immer noch ein schwieriges Unterfangen. Die Parameter ändern sich ja auch laufend. Das bedeutet ganz konkret, dass die Aussagen, die man dann mit so einem Computermodell trifft, sehr schwierig zu bewerten sind. Was kann ich daraus ablesen? Was ist belastbar? Und tatsächlich, wenn die politischen Maßnahmen sich dann darauf abstützen, dann würde ich sagen, das hat den Charakter eines Orakels so früh wie zu Beginn der Pandemie. Es gibt dazu auch ein ganz anschauliches Zitat von einem Pionier der numierischen Mathematik. Er nennt sich John von Neumann, ein wissenschaftlicher Tausendsasser, hat unter anderem die moderne Computerarchitektur erfunden und war dann auch ein Zeitgenosse von Albert Einstein am Institute for Advanced Studies in Princeton. Er hat einmal gesagt, auf Englisch dann, with four parameters I can fit an elephant and with five parameters I can make him wiggle his trunk. Soll also bedeuten, mit vier Parametern kann ich fitten, fitten heißt anpassen, kann ich die Lösung einer Gleichung so anpassen, dass ein Elefant herauskommt und wenn ich fünf Parameter habe, dann wird der Elefant noch mit dem Rüssel wackeln. Wenn ich also 940 Parameter habe, von denen viele unsicher sind, da kann irgendwas rauskommen. Insofern sollte man ganz genau hinschauen, wie belastbar ist so eine Aussage und das möchte ich auch dann eben mit diesem Begriff des Orakels transportieren. Ich denke, es gibt Simulationen, die sind extrem hilfreich und bilden auch die Basis des Erkenntnisgewinns heutzutage, aber uns sollte immer wieder bewusst sein, es gibt auch Fallstricke, wir können daneben liegen und die Implikationen sind dann besonders groß, wenn diese Vorhersagen eben entsprechende Weichenstellungen auch für die Gesellschaft bedeuten. Entsprechend müssen wir das wirklich sauber abklopfen, ist das belastbar. Ja und eben auch politische Entscheidungen werden ja anhand dieser Modelle getroffen, also das darf man nicht vergessen. Das heißt, es hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen in diesem Land. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema und zwar diese Klimamodellierungen. Und nun sind die auch hochkomplex. Ich glaube, das ist eine Aussage, die darf man so tätigen. Sie haben einen Rechner, einen Supercomputer beschrieben in Ihrem Buch, was ich ganz spannend fand. Der steht im Deutschen Klimarechenzentrum. Das ist dieser sogenannte Mistralrechner. Der führt, ich erzähle es mal, aber ich finde das ja irre. Der führt in fünf Minuten eine Trillionen Rechenoperationen aus und ist damit im vorderen Mittelfeld der Rangliste der 500 schnellsten Supercomputer weltweit. Das heißt, der ist ja noch nicht mal der Schnellste damit. Und der führt, ich sage es noch mal, in fünf Minuten eine Trillionen Rechenoperationen aus. Das ist unglaublich. Und ist ja, also die Koppel, mir stellt sich da die Frage, wo da die Komplexitätsgrenze ist oder ob der dann als Supercomputer wirklich alles so sauber rausspucken kann, wie es da reinkommt. Weil Sie ja jetzt gerade gesagt haben, oh, bei 940 Parametern, wo viele geschätzt werden, ist es schon schwierig. Der macht ja noch viel mehr. Da müssen wir das auseinanderhalten. Also die Parameter, das sind jetzt Größen, die das Modell erstmal charakterisieren. Was da kommt, das Supercomputer macht, der führt den Algorithmus aus. Das heißt, der Supercomputer ist wie eine Maschine, die etwas verarbeitet. Und da würde ich sagen, diese Verarbeitungsschritte, egal ob das jetzt in Ihrem Handy der Prozessor ist, auf einem Notebook oder beim Supercomputer, die Verarbeitungsschritte an sich, da müssen wir nicht befürchten, dass da was schief geht. Das Problem ist im Modell selber. Und dann gibt es andere Größen, mit denen wir Algorithmen charakterisieren können, ob die das liefern, was wir erwarten. Das hat weniger mit der eigentlichen Hardware, dem Computer selber zu tun, sondern mit dem Vorgehen, der Art und Weise, wie wir die Berechnungsschritte hintereinander setzen. Und dazu gibt es dann Begriffe wie Konvergenz. Konvergenz würde bedeuten, das, was ich auf dem Computer berechne, nähert sich der exakten Lösung an. Je mehr ich entsprechende Rechenzeit spendiere, je mehr Aufwand ich treibe, desto besser wird die Lösung. Und dann gibt es auch andere Dinge, Begriffe wie Robustheit. Wenn ich an den Größen, an den Eingangsdaten mit den Parametern ein bisschen wackele, wird sich die Lösung dann dramatisch verändern oder nur ein bisschen. Das sind die Größen, die eigentlich interessant sind. und damit muss man im Prinzip jedes Computermodell bewerten. Anhand so einer Art Checkliste kann ich durchgehen. Erstmal habe ich genügend Daten, mit denen ich das validieren kann. Habe ich die Parameter bestimmt, kann ich den Parametern vertrauen und dann liefert der Algorithmus das, was ich brauche. Vielleicht, ich versuche mal ein paar Sachen so zusammenzufassen für mich nochmal. Also die Rechenoperationen ist einfach die Geschwindigkeit. Ich glaube, es gibt sogar eine Einheit. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Floating Point Operations Per Second. Und damit die Leute auch wissen, wovon wir hier sprechen, ich fand die Beschreibung ganz witzig. Ein Flop ist, wir gehen mal großzügig davon aus, so haben sie es im Buch geschrieben, dass ein Mensch in einer Sekunde zwei 16-stellige Zahlen zusammenrechnen kann. Ich glaube, da sind sie sehr großzügig. Und ein Smartphone macht circa 20 Milliarden Flops. Also allein ein Mensch kann nicht mal einen Flop machen, sind wir ehrlich. Okay, vielleicht ein Zehntel davon. Okay. Also das ist jetzt die Einheit von Rechenoperationen. Also so die Geschwindigkeit auch. Ich glaube, so muss ich mir das vorstellen, irgendwie wie schnell es geht. Und wenn wir jetzt von diesem Rechner, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der führt eine Trillionen Rechenoperationen aus. Was ist das jetzt in Flops? Kann man das umrechnen? Ich weiß jetzt die Zahl nicht. Wir sind im sogenannten Petaflop-Bereich und das ist dann wirklich jenseits der Vorstellungskraft. Das sind bereits hier noch zwölf Operationen pro Sekunde. Wir können das vergleichen mit der Lichtgeschwindigkeit in der Physik. Das ist ja die absolute Grenze. Wenn ich sage, als Mensch kann ich, wenn ich schnell gehe oder renne, einen Meter pro Sekunde zurücklegen. Die absolute Grenze wäre dann 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Die Rechner, die wir heute haben, wenn wir mit einem Flop für den Menschen starten, da sind wir schon weit jenseits der Lichtgeschwindigkeit. Und es ist keine Grenze absehbar. Bei diesen Supercomputern. Und das ermöglicht ja überhaupt erst dann so komplexe Simulationen durchzuführen. Das Problem an der Stelle ist, je komplexer diese Modelle werden, desto mehr hinkt dann natürlich auch das Verständnis dessen zurück. Das bedeutet für mich als Mathematiker, ich habe da schon ein gewisses Bauch gerümmen, wenn ich sehe, was man machbar heute durchführt mit Supercomputern oder auch mit einfacheren Modellen. die Mathematik, die braucht manchmal mehrere Jahre, um so ein Modell zu verstehen, um zum Beispiel diesen Begriff der Konvergenz zu zeigen, aber um eine Simulation am Rechner aufzusetzen. Die Software ist so mächtig, ich kann das mit ein paar Mausklicks zusammenstecken, wie im Lego-Kasten, und dann läuft das. Und dann schicke ich das halt für zwei Wochen auf den Computer und hinterher bekomme ich einen schönen Zahlenberg, mache eine bunte Animation daraus, aber ich habe eigentlich nicht richtig verstanden, was ich da treibe. Das ist die Sorge dahinter. Und das betrifft jetzt nicht nur komplexe Simulationen in der Physik oder beim Thema Klima, sondern auch in den Ingenieurwissenschaften. In vielen Anwendungen brauche ich eigentlich gar nicht mehr das Fachwissen für die Physik oder die Mechanik. Ich kann einfach die Software zusammenklicken und dann entsprechend Daten bereitstellen und dann wird gerechnet. Und hinterher kommt etwas heraus, was vielleicht vernünftig aussieht, aber ich bin nicht sicher, ob das belastbar ist. Wenn wir jetzt das nochmal, weil ich versuche jetzt gerade nochmal das zusammenzufassen, was Sie gesagt haben. Also Rechenoperationen, die Schnelligkeit, hat aber nichts konkret mit den Parametern zu tun, die irgendwie in diesen Rechenoperationen mit einfließen. Und dann haben Sie diese zwei Begriffe genannt, Konvergenz und Robustheit. Können wir es vielleicht mal anhand eines Beispiels, können Sie das vielleicht da mal erläutern? Also für mich wäre jetzt so diese Klimamodellierung interessant. Vielleicht können Sie das mal für uns auseinanderklamüsern, was da überhaupt stattfindet, weil eigentlich, so als Laie würde ich sagen, okay, je komplexer, ist ja besser, weil das Klima ist ja eine hochkomplexe Sache. Alles was da in der Atmosphäre, Ozean, Temperatur, Jetstreams, alles Mögliche. Es ist ja gut, wenn der Computer diese verschiedenen Faktoren alle mit einbeziehen kann. Das ist richtig. Also ich denke, ohne die entsprechende Hardware, also das, was wir heute rechentechnisch machen können, wäre man gar nicht in der Lage, sowas aufzusetzen. Robustheit lässt sich besser veranschaulichen, wenn wir erst mal auf ganz einfache Probleme schauen. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel aus den 60er Jahren, 1960er Jahren von Edward Lorenz. Das hat die Chaos-Theorie begründet. Und dieses Modell beschreibt erst mal in der einfachsten Fassung eine gewisse Konvektionsströmung in der Atmosphäre. Das ist also eine Art Baustein für die Wettermodelle. Es hat nichts mit Klima zu tun, sondern mit der Wettervorhersage. Und der Edward Lorenz, der hat sich dafür interessiert, herauszufinden, ob die Wetterphänomene periodisch sind. Also ob wir sozusagen in gewissen Zeitzyklen immer wieder dasselbe Wetter bekommen. Über ein Jahr hinaus jetzt, über die Jahreszeiten hinaus. Ja, also sozusagen die Bauernregeln, die wir kennen, alle so und so viele Jahre gibt es das und das. Diese Phänomene kann man versuchen, erst mal statistisch anzugehen und dann in den Daten zu sehen, gehen die irgendwie zyklisch auf und ab? Gibt es da ein Muster? Und das hat er versucht, mit einem Computermodell zu prüfen, ist diese Hypothese richtig? Die Wetterphänomene in der Atmosphäre sind periodisch, ja oder nein? Und dann hat er eben dieses ganz einfache Modell, es sind nur drei Gleichungen und da gehen zwei Parameter ein, dieses ganz einfache Modell hat er dann analysiert und bei den Computersimulationen festgestellt, wenn er an den Anfangsdaten ein bisschen wackelt, das würde beim Specht bedeuten, statt ganz oben fange ich ein bisschen weiter unten an. Dann gibt es nach einer gewissen Zeit komplett unterschiedliche Lösungen. Die laufen also auseinander und dann wird man sagen, das ist jetzt nicht robust, ich fange mit kleinen Störungen in den Daten an und am Ende, nach einer gewissen Zeit, sind die Lösungen komplett verschieden. Das hat dann das berühmte Wort vom Schmetterlingseffekt begründet und war der Anfang der sogenannten Chaos-Theorie. Interessant an diesem Vorgehen ist das folgende, dieses Modellproblem nach Lorenz ist ja einfach gestrickt, aber wir können daran die wesentlichen Eigenschaften eines chaotischen Systems analysieren und können eben sagen, kleine Ursache, große Wirkung, das gibt es. Bedeutet konkret dann für die Wetterfeuersage, die natürlich unendlich viel komplizierter ist als das einfache Modell aus der Chaos-Theorie, wir haben heute eben einen Zeithorizont, vielleicht zehn Tage, länger können wir der Wetterfeuersage nicht vertrauen. Das ist eine prinzipielle Grenze, wenn wir in Urlaub fahren in drei Wochen, wir können heute nicht wissen, wie das Wetter in drei Wochen ist. Das heißt, hier hat man enorm viel gelernt und entsprechend viel verstanden. Trotzdem auch bei der Wetterfeuersage können wir immer noch nicht die Konvergenz zeigen. Also sprich, wenn ich jetzt mit einem Superrechner eine Wetterprognose für übermorgen rechne, dann müsste ich eigentlich hingehen, die gleiche Prognose nochmal mit einem feineren Gitter rechnen. Für die Wetterprognose wie auch für die Klimamodelle unterteilen wir die Atmosphäre, also dass wir uns die Erde umgibt, in kleine Boxen, dreidimensionale kleine Zellen und für jede Zelle werden dann bestimmte Bilanzgleichungen aufgestellt, wie sich dort Wind, Feuchte, Atmosphären, Chemie verhalten. Konvergenz würde bedeuten, ich muss die Boxen nochmal kleiner machen und mit viel mehr Boxen das Ganze prüfen. Das können wir nicht, einmal weil es die Supercomputer sprengen würde, der Aufwand ist viel zu groß und auf der anderen Seite auch, weil die Modellgleichungen nicht separat getrennt formuliert wurden von diesen Boxen. Für jede Box habe ich einen eigenen Zusammenhang formuliert. In der numerischen Mathematik hätten wir das Paradigma, das Modell soll getrennt sein von seiner numerischen Lösung und das heißt unabhängig von der Box formuliert. Die Gleichungen im Bereich Wetter und Klima sind aber abhängig von Boxen formuliert, das heißt, ich kann die nicht einfach verfeinern. Mit anderen Worten, in der Checkliste, wenn ich als Mathematiker dann schaue, was wir hier machen, dann sehe ich, bestimmte Dinge kann ich so nicht prüfen. Ausweg, sowohl beim Wetter als auch beim Klima. Man sagt, ich rechne das nicht einmal durch, weil ich einer Prognose eigentlich nicht so richtig glauben kann. Ich muss sogenannte Ensembles berechnen. Das heißt, ich fahre sehr viele verschiedene Simulationen, sogar mit verschiedenen Modellen, auf verschiedenen Supercomputern und dann vergleiche ich, was herauskommt. Wenn alle Prognosen in die gleiche Richtung deuten, dann nehme ich an, es ist vertrauenswürdig. Wenn fünf Prognosen dahin zeigen und drei Prognosen da, dann weiß ich, ich kann eigentlich keine Aussage treffen. Das heißt, so versucht man diese Unsicherheit, dieses Problem des chaotischen Systems abzufedern. Das ist eine grundsätzliche Technik und ein großer Fortschritt, aber bedeutet auch, dass wir in die Prognosen Wahrscheinlichkeiten reinbekommen. Wenn also von zehn Simulationsläufen neun in eine Richtung deuten und ein anderer Lauf in die andere Richtung, dann habe ich eben 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für diese Prognose. Und das wird ja auch bei diesen Klimamodellen angewendet, so wie ich das verstanden habe. Im großen Stil. Genau. Und an sich soll das ja auch eine Absicherung sein, so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, dass man eben auch mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, okay, wenn wir jetzt so viele Modelle haben, die alle ungefähr in diese Richtung gehen, dann können wir mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es auch wirklich in diese Richtung gehen wird. Und jetzt, ich meine, ich bin ja auch Skeptiker, was diese Klimamodellierungen angeht, weil wenn wir nicht das Wetter in drei Wochen vorhersagen können, wie können wir dann das Klima, das Weltklima in 50 Jahren vorhersagen? Das ist ja die große Problematik. Aber wie Sie das jetzt so beschrieben haben, leuchtet es mir zumindest ein, dass man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es eventuell, ich bin ganz vorsichtig, sich in diese Richtung entwickelt. Ja, da müssen wir jetzt nochmal das Ganze ein bisschen aufdröseln und sagen, gegeben ein Modell, mit dem ich starte, dieses Modell hat dieses Problem, dass wir bei Langzeitprognosen eventuell in Gefahr sind, kleine Änderungen haben große Wirkungen, die Lösungen laufen auseinander. Also der Schmetterlingseffekt. Ja, das kann ich abfedern durch verschiedene Maßnahmen, insbesondere durch diese Ensemble- Technik, dass ich viele Prognosen fahre und dann schaue, was ist das wahrscheinlichste Szenario. Ich muss aber natürlich dann nochmal einen Schritt davor schauen, hat das Modell, mit dem ich jetzt rechne, alle Effekte? Sprich, ist die Physik so umfassend, dass ich alles mitnehme, was tatsächlich passiert? Und an dieser Stelle, denke ich, ist es ein laufender Prozess, dass man immer wieder neue Erkenntnisse gewinnt, gerade was die Klimaprognosen betreffen. Und diese muss man dann einfüttern. Es ist nicht so, dass die Prognose, die ich heute mache, dann auch in fünf Jahren noch Bestand hat. Die ändern sich. Die werden theoretisch, aber auch praktisch normal besser. Ich habe da auch ein aktuelles Beispiel dafür. Es gab jetzt im Dezember eine interessante Publikation von Experten aus dem Bereich Klima Mainstream, so würde ich das bezeichnen, die auch bei den IPCC-Berichten des Weltklimarates mitwirken. Darunter ein Wissenschaftler aus Norwegen, Nureddin Omrani und auch die Frau Mattes, Katja Mattes, die Leiterin des Geomar-Zentrums in Kiel. Und dieses Paper, diese Publikation ist insofern interessant, weil sie zeigt, dass diese Modelle laufend verbessert werden. Es geht dort um die Kopplung der sogenannten AMO, der atlantischen Multidekadenoszillation, ein langes Wort. Das ist also eine Schwankung der Meerestemperatur im Nordatlantik mit der Atmosphäre, mit der unteren Schicht der Troposphäre und der oberen Schicht der Stratosphäre. Und es scheint dort zum ersten Mal gelungen zu sein, diese Kopplung sehr detailliert zu modellieren, diese Rückwirkungsmechanismen zwischen Ozean und Atmosphären und den Atmosphärenschichten. Interessant am Ergebnis ist jetzt das Folgende. Daraus wird eine neue Prognose für die Temperaturentwicklung in Europa für die nächsten 15 bis 20 Jahre abgeleitet. Die Prognose lautet, es soll in Europa stagnierende Temperaturen geben, nicht steigende Temperaturen, weil man hier zwei Trends beobachtet. Das eine ist eine generelle Erwärmungskurve, die angehend linear verläuft und dann gibt es eine sinusförmige Schwingung durch die Meeresoszillation. Wenn man die zusammen addiert, ergibt sich eine Kurve, die schnell ansteigt, ein Plateau erreicht, schnell ansteigt, ein Plateau erreicht. Und die Prognose wäre, dass wir jetzt so eine Plateauphase erreichen. Es kann sein, dass es in 15 bis 20 Jahren wieder schneller bergauf geht. Aber interessant für mich jetzt aus der Sichtweise des Experten für Computermodelle ist, wir sehen die Modelle, die wir heute haben, die sind noch nicht perfekt. Das heißt, es gibt immer weitere Effekte, die ich eigentlich einfüttern muss. Das wäre die positive Sichtweise. Die negative Sichtweise wäre dann eben, ja, wenn ich jetzt also noch nicht alles berücksichtigt habe und damit eine Langzeitprognose mache, kann ich dem vertrauen. Und letztendlich ist dann die Schlussfolgerung, wir sollten uns immer wieder bewusst machen, wir treffen hier Entscheidungen unter erheblichen Unsicherheiten. Das ist ein grundsätzliches Problem, an dem kommen wir nicht vorbei. Das heißt aber nicht, dass wir die Computermodelle wegschmeißen sollten. Nein, das ist das Einzige, was wir haben. Aber wir sollten immer wieder darüber nachdenken, wie belastbar ist das. Ich muss diese Unsicherheit in meine Entscheidungsprozesse einpreisen. Das ist, denke ich, die Schlussfolgerung, die wir haben. Wir können es dann vergleichen mit der Situation, ich glaube, das schildere ich dann auch im Buch, eines Schiffs, das im Nebel umherirrt. Man hat die Orientierung verloren. Es gibt vielleicht Untiefen, es gibt Hindernisse. Der Kapitän muss jetzt das Schiff irgendwie wieder einen sicheren Hafen bringen. Als einziges Hilfsmittel hat er ein neues Radargerät an Bord. Es gibt Experten an Bord, die bedienen das Gerät. Und das hilft einem, in bestimmte Richtungen zu peilen, ist da ein Hindernis oder nicht. Aber das Radargerät ist nicht perfekt. Es kann sein, dass da ein Hindernis übersehen wird oder man sieht auf dem Radarschirm ein Hindernis, das gar nicht da ist. Diese Unsicherheit ist einfach da und der Kapitän muss jetzt entscheiden, was er macht. Fährt er schnell? Fährt er langsam? Und letztendlich bedeutet es, wenn er Erfahrung hat, der Kapitän, dann wird er schauen, wie viele Menschen an Bord haben Expertise. Er wird alle anhören. Er wird jetzt nicht nur den Experten, die das Radargerät bedienen, vertrauen, sondern schauen, dass er die Entscheidungen möglichst gut abklopft. Und ich denke, das ist in der momentanen Zeit enorm wichtig, dass wir lernen, stärker auch Dinge zu hinterfragen. Nicht, weil wir etwas sozusagen als unschlüssig empfinden und dann nicht genau hinschauen wollen, sondern weil es eine wissenschaftliche Methode ist. Wissenschaft besteht auch darin, dass ich Dinge immer wieder neu hinterfrage. Und wir hatten ja vorhin über das Thema Forschungsförderung gesprochen. Oft ist die Forschungsförderung dergestalt, dass man das Geld dafür gibt, eine vorherrschende Hypothese zu unterstützen, zu untermauern. Ich denke, es wäre sehr produktiv, auch entgegengesetzt vorzugehen. Zum Beispiel eine große Preissumme, 10 Millionen Euro, dafür auszusetzen, für eine wissenschaftliche Arbeit, die zeigt, dass einer der Grundpfeiler bei der Klimamodellierung nicht stimmt. Das wäre jetzt insofern interessant, als angenommen, man würde nach zwei Jahren feststellen, niemand hat den Preis gewonnen, dann hätte man alle Argumente nochmal sauber abgeklopft und hätte eine starke Meinung in die Richtung, diese Modelle sind nicht angreifbar. Angenommen, man hätte aber ein Resultat gefunden, das tatsächlich einen der Grundpfeiler angreifen kann, dann hätten wir sehr stark an Erkenntnis gewonnen. Und ein weiterer Effekt, gerade für die jungen Nachwuchsleute, wir müssen ja Anreize schaffen, unkonventionell vorzugehen, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und nicht nur in der vorherrschenden Lehrmeinung zu denken. Ich habe dazu auch eine Geschichte aus meiner eigenen Vita. Ich war mal Doktorande, auch ein junger Nachwuchswissenschaftler, begeistert für die Wissenschaft. Und Anfang der 90er Jahre hat dann mein Doktorvater gesagt, ich soll nach Paris fahren. Ich war damals an der TU München. Und dann war ich in Paris auf einer Konferenz, wo der weltweite Experte auf meinem Forschungsgebiet vorgetragen hat. Die Idee war also, mein Doktorvater sagt zu mir, Bernd fahr da hin, da kommt der große Bill Gier, das war sein Name, aus USA, den musst du einmal gesehen haben. Also war ich dort und auf dieser Konferenz hat der große Bill Gier dann ein neues Resultat vorgestellt. Ja, es waren vielleicht 50 Teilnehmer, auch andere Professoren, Doktoranden, Postdocs, alle saßen ehrfürchtig da, haben dem Bill Gier zugehört und hinterher habe ich mich ausgetauscht, alle waren begeistert. Und insbesondere, was er da vorgestellt hat, wurde dann veröffentlicht und ein paar Monate später hatte ich dann in München eine Seminararbeit zu betreuen. Und der Student, der sich dann mit diesem Paper auseinandergesetzt hat, der kam immer wieder zu mir und hat gemeint, er versteht den Beweis zu diesem Satz nicht. Also da gab es ein Theorem, ein wichtiges Theorem, die große Neuerung in dem Gebiet und der Beweis war nicht nachvollziehbar. Ja, irgendwann kam der Vortragstermin, der Student war dann immer noch unschlüssig, was soll er machen? Ich habe ihm dann geraten, ja, die einfach über diese Zeilen hinweg sagt dazu nichts. Der Bill Gier wird schon recht haben, wir sind einfach zu dumm, auf Deutsch gesagt, um es zu verstehen. Ja, vier Jahre später gab es eine Konferenz im mathematischen Forschungszentrum in Oberwolfer. Das ist das große Zentrum, wo alle Mathematiker mal hinfahren sollten, es ist eine Auszeichnung, da teilnehmen zu dürfen. Und auf dieser Konferenz hat dann ein Kollege aus USA ein Gegenbeispiel zu diesem Theorem vorgestellt. Alle saßen da mit großen Augen. Das heißt, das, was wir alle in Paris bestaunt hatten, einfach geglaubt hatten, das wurde pulverisiert. Die Aussage war nicht mehr gültig. Und ich habe mich dann im Nachhinein sehr geärgert, weil einfach ich als Doktorand nicht den Mut hatte, diese Aussage anzuzweifeln. Hätte ich das Gegenbeispiel gefunden, wäre ich sogar als Doktorand schon berühmt geworden. Das wäre eine Publikation von zwei Seiten gewesen, aber alle hätten darauf geschaut. Ich habe die Chance verpasst, weil ich nicht kritisch war. Und das ist, denke ich, auch so eine ganz wichtige Botschaft. Wir sollten den jungen Menschen das kritische Denken unbedingt stärker ins Bewusstsein rücken. Ist das auch ein Grund, warum Sie auch mit diesem Buch oder auch in diesem Gespräch, wir haben uns jetzt das erste Mal bei Kontrafunk gesprochen, hätte ich vielleicht auch erwähnen können, dass Sie damit auch vielleicht an die Öffentlichkeit gehen wollen, um auch mutig zu sein und zu sagen, ja, klar, es macht schon Sinn, auf Modellierungen zu gucken und die als Wegweiser zu nehmen und Erkenntnisse zu gewinnen, aber ihnen blind zu vertrauen und unser Leben dementsprechend umzukrempeln, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben an dieser Stelle. Ja, beziehungsweise ist natürlich immer ein Schritt von der Prognose und den Aussagen hin zu Entscheidungen, die unser Leben verändern. Das ist vielleicht nicht die Aufgabe des Wissenschaftlers. Da muss ich dann meinen Hut als Wissenschaftler ablegen und sagen, irgendwann bin ich Bürger. Aber es ist klar, ich möchte auch die breite Öffentlichkeit informieren und dafür sorgen, dass der Souverän in einem demokratischen Staat der Bürger die Entscheidung so treffen kann, dass er wirklich umfassend informiert ist, dass er weiß, was sind die Fallstricke und dass er weiß, diese Prognosen sind zwar hilfreich und helfen uns, das Klima zu verstehen, aber sie sind nicht in dem Sinn zu verstehen, dass wir hier mit Sicherheit die Temperatur im Jahr 2050 in Mitteleuropa vorhersagen können. Es sind Szenarien und damit bedeutet es, dass wir hier verschiedene Optionen bekommen und die müssen wir sehr, sehr gut anschauen und bewerten, wie weit wir darauf dann Entscheidungen gründen können. Ich stelle mir vor, dass Sie jetzt in Ihrer Position als Professor, als Mathematiker vielleicht auch Kritik für so eine Aussage kriegen könnten. Ja, weil man würde sagen, ja, was weiß denn der Mathematiker über dieses Thema, das ist doch uns Physikern überlassen. Sie hatten mir nämlich erzählt, dass dieses ganze Klima-Wetter-Thema, das gehört quasi den Physikern. Und die Physiker sind, so wie ich es verstanden habe, in dieser wissenschaftlichen Hierarchie ganz weit oben. Ja, ist es klar. Es gibt natürlich dann schon oft so eine Tendenz innerhalb der verschiedenen Disziplinen, dass man sagt, okay, das ist mein Bereich und dann Fachfremde, die sollen ja lieber draußen bleiben. In der Medizin ist das ganz genauso. Das ist ein bisschen ein Autoritätsargument, muss man dazu sagen. Natürlich. Das ist eigentlich ein schwaches Argument. Ja. Und ich kann nur sagen, ich versuche mich auf diesen Aspekt Computermodelle allgemein zu konzentrieren. Natürlich, ich bin kein Experte für Atmosphären, Chemie oder Atmosphärenphysik. Insofern, wenn ich jetzt sehe, die Modelle verändern sich, die verbessern sich, dann kann ich das so oder so bewerten. Aber auf jeden Fall die grundsätzlichen Aussagen, dass wir an der Problematik nicht vorbeikommen, wir haben sehr viele Parameter, wir müssen eine Prognose weit in die Zukunft machen. Also sollten wir vorsichtig sein und das immer wieder neu bewerten, immer wieder neu den Kurs justieren. An der kommen wir nicht vorbei. Vielleicht, um da nochmal ein schönes, ich versuche noch so ein schönes Fazit da so raus zu formulieren. Sie als Mathematiker, als Experte in Sachen Computermodelle. Und Sie verstehen auch, was da quasi modelliert wird. Und sagen ja selber, ja, die Modelle werden besser mit der Zeit, also diese Klimamodelle. Aber sagen auch, ja, man muss vorsichtig sein mit den Prognosen. Nochmal, um das klar zu machen. Wo sind denn jetzt nun die Grenzen dessen? Also wo genau? Was können die und was können sie nicht, diese Klimamodelle? Ja, ich glaube nicht, dass sich das in einem Satz sagen lässt. Es ist eher die Frage, haben wir die Erwartung, es gibt schwarz und weiß oder gibt es einfach sehr viele Graustufen? Oder nochmal anders formuliert, die Aussagen, die man dann tatsächlich aus diesen Simulationen ableitet, das sind ja dann oft sehr komplexe, viele Seiten starke Publikationen. Was ich dann daraus herausdistilliere, als Kurzzusammenfassung für Entscheidungsträger, das ist nochmal ein weiterer Schritt. Das heißt, ich kann aus diesen Simulationen natürlich dann auch verschiedene Interpretationen ableiten. Sprich, es gibt dann in den IPCC-Berichten Szenarien, die Worst Case sind, der schlechteste Fall, und es gibt Szenarien, die sehr gut sind. Die Frage ist, was filtre ich dann daraus an Informationen für die Entscheidungsträger? Und ich denke, da kommt eben die Politik mit ins Spiel. Es ist aber auch eine Aufgabe wiederum dann der Wissenschaft, das transparent zu machen und zu vermitteln, auch des Wissenschaftsjournalismus. Das heißt, an dieser Stelle, denke ich, sollte man den Bürger informieren, aber ihm nicht das Denken abnehmen. Also sprich, betreutes Denken, das ist die Wahrheit und so wird es sein. Das macht keinen Sinn. Jeder, der sich mit dem Wetterbericht beschäftigt, weiß natürlich aus eigener Anschauung, was er an Vertrauen in den Wetterbericht hat und was nicht. Und bei den Klimaprognosen ist es komplexer. Insofern, es bleibt nichts anderes, als sich im Detail differenziert damit zu beschäftigen. Und es braucht dann Personen, ich versuche jetzt das hier auch zu machen, die die Problematik offen schildern. Und ich muss auch gestehen, vieles gibt es, was ich nicht weiß, wo ich nicht sagen kann, das ist falsch oder richtig. Und auch da muss ich dann sagen, ich hoffe, dass die Kollegen in der Physik das und das entsprechend korrekt machen. Ich kann es nicht nachprüfen. Dann vielleicht mal Sie persönlich, haben Sie denn jetzt Angst davor, wenn wir nicht bestimmte Klimamaßnahmen einleiten, dass wir dann hier alle verglühen in den nächsten 20 Jahren? Nein, nein. Also die Hysterie ist nochmal eine andere Geschichte. Ich denke, was eben transportiert wird in der Öffentlichkeit und was wissenschaftlicher Konsens ist, da gibt es eine große Diskrepanz und dann gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Protagonisten im Bereich Klima, wäre das zum Beispiel dann das Potsdamer Institut für Klimafolgen Forschung, das dann eher auf der alarmistischen Seite ist. Dann gibt es einen Hans von Storch, der da ein bisschen ruhiger und sachlicher herangeht. Man sieht, das ist eigentlich eine große Bandbreite, aber was wir vermittelt bekommen in der Öffentlichkeit, ist im Prinzip sehr viel Alarmismus und den würde ich nicht teilen. Also Sie haben jetzt persönlich keine Angst unbedingt? Nein, auch wenn man jetzt zurückdenkt, vor 6.000 Jahren waren die Ostalten eisfrei. Das heißt, auch wenn es die Gletscher schmelzen, was ein großer Verlust ist, was uns sicherlich mit Sorge erfüllt, es ist keine Situation, die noch nie dagewesen wäre. Insofern müssen wir einfach damit leben, dass wir uns entsprechend anpassen und Maßnahmen ergreifen, aber dass das eben mit ruhiger Hand und gut geprüft, sodass wir immer wieder nachjustieren können und uns nicht zu einseitig festlegen. Ich denke, das ist eigentlich eine sehr vernünftige Herangehensweise. Sie hatten in diesem Artikel, den Sie im Cicero veröffentlicht haben, auch zu Ihrem Buch, die Frage gestellt, ob wir den Zufall bändigen können und dass so ein bisschen die Idee ist, was mit Computermodellen eigentlich gemacht wird. Man will so eine Sicherheit haben für die Zukunft, dass wir alles richtig machen und dass ja nichts Schlimmes passiert. Also den Zufall bändigen. Ja, ist das denn überhaupt möglich? Das ist einfach schon eine rhetorische Frage. Ja, okay. Also gut, da kommen jetzt verschiedene Dinge mit herein. Ja, also sozusagen die Computermodelle, das ist auch eine der Botschaften, die ich habe, die nehmen inzwischen so ein bisschen den Rang ein, eben eines Art persönlichen Ratgebers. Ich versuche mein Leben oder auch den Weg der Gesellschaft zu optimieren, mit Sicherheitsplanken auszustatten, sodass nichts schief geht und vertraue entsprechende Prognosen. Und ein Stückchen weit bedeutet das dann aber, dass ich mich da davor scheue, Entscheidungen zu treffen. Ich überlasse die Entscheidung der Modellprognose und scheue das Risiko. Ich muss immer im Leben Entscheidungen treffen und ein gewisses Risiko eingehen. Ich komme daran nicht vorbei und das versuche ich jetzt zu minimieren, um mein Leben zu optimieren, indem ich den entsprechenden Computermodellen vertraue. Da sollte man eben vorsichtig sein. Zufallbändigen, das ist jetzt ein Schlagwort, was aus der Finanzmathematik kommt. Die Computermodelle spielen natürlich auch in der Finanzwirtschaft eine entscheidende Rolle und werden tatsächlich sekündlich eingesetzt, um Kaufentscheidungen weltweit zu treffen. Da ist die gleiche Problematik im Prinzip wie bei den Klimaprognosen. Ich muss in die Zukunft gehen und man verwendet eine ganz ähnliche Technik, die sogenannte Monte-Cardo-Simulation, wo man ganz viele verschiedene Szenarien durchrechnet und dann schaut, was ist das wahrscheinliche Szenario. Das geht aber nicht so weit in die Zukunft. Oft sind es nur ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, die man versucht, da vorherzusagen. Die Gefahr dort ist, dass man Dinge, Risiken außer Acht lässt, dass man also den Modellen auch zu sehr vertraut, auch von Expertenseite. Und die Modellgläubigkeit, so heißt es, war dann auch eine der wesentlichen Ursachen für die Finanzkrise 2009. Also nicht nur die Spekulationen an der Börse, sondern eben auch, dass man dort mit Algorithmen hantiert hat, die im Prinzip das Risiko unterschätzen. Und so verlockend es klingt, wir können den Zufall bändigen. Das gelingt uns eben nur in einer gewissen Bandbreite. Und wir sollten da auch immer vor Augen haben, es kann schief gehen, entsprechend vorsichtig sein. Es gibt tatsächlich dann Bankinstitute, die sehr gut durch diese Finanzkrise gekommen sind, weil sie nicht auf die Standardmodelle gesetzt haben, sondern da ein bisschen mehr Aufwand getrieben haben. Ich habe jetzt noch ein paar so, ich sage mal, random Fragen, Entschuldigung, diese Anglizismen sind furchtbar. Aber ich habe tatsächlich noch ein paar so kurze Fragen, so für den Schluss, die mir so einfach eingefallen sind. Und zwar, ich würde gerne von Ihnen wissen, Mensch oder Maschine, was wird das Rennen machen? Mensch oder Maschine? Okay. Ich glaube nicht, dass das ein Rennen ist. Ich glaube, die Maschinen werden auf ganz lange Zeit noch abhängig sein von den Menschen. Wie lange, sagen Sie mal? Prognose? Also viele Dekaden. Ich hätte da jetzt keine große Sorge, dass da die KI dann auf die Schnelle irgendwelche Horrorszenarien realisiert. Da bin ich relativ gelassen. Glauben Sie an Gott oder an die Wissenschaft? Ich glaube nicht an die Wissenschaft. Ich sehe die Wissenschaft als Methode. Die Methode der Wissenschaft ist etwas, was ich seit vielen Jahren praktiziere. Und ich glaube an die Methodik als solche. Aber nicht, dass die Wissenschaft absolute Wahrheiten produziert. Sind Sie gläubig? Ich würde sagen, ich bin ein spiritueller Mensch. Ja, ich bin katholisch erzogen worden, aber seit vielen Jahren nicht mehr in der Kirche. Aber ich würde sagen, ja, ich habe einen Bezug zu dem Göttlichen allgemein. Und entsprechend würde ich mich auch nicht als Atheisten bezeichnen. Das heißt, Sie glauben an Dinge, die nicht erklärt werden können mittels Wissenschaft und so weiter. Weil es gibt ja auch ganz, also Wissenschaftler, die ganz starr sagen, nein, es gibt keinen Gott, weil man ihn nicht sieht. Man kann ihn nicht beweisen und so weiter. Okay, sehr spannend. Ja, sehr interessant. Es ist, also hypothetisch, ja. Es ist das Jahr 2035. Was glauben Sie, werden wir zu dem Zeitpunkt bereut haben? Was wir bereut haben? Ich glaube, dass wir momentan eine enorme Beschleunigung in vielen Bereichen erleben, insbesondere in öffentlichen Debatten. Es ist so dieser Gedanke, Panik, Angst, wir sind Getriebene. Und ich glaube, da herauszukommen, das ist eine ganz große Aufgabe, dass wir nüchterner, sachlicher und nicht in Schlagzeilen von Tag zu Tag hetzen. Und entsprechend, wenn es das nicht so schnell gelingt, dann denke ich, werden wir das stark bereuen. Und rein jetzt vielleicht wissenschaftlich, also an den Dingen, an denen Sie arbeiten, sehen Sie da irgendwo etwas, wo Sie sagen, ich hoffe, dass das nicht weiter unterstützt und mit Drittmitteln gefördert wird? Also ich habe eine Sorge. Ich denke, Forschung in diese Richtung ist nach wie vor wichtig. Aber gerade jetzt, wenn es an das Thema Medizin geht, was wir überhaupt nicht gestreift haben, ich denke, es gibt einen Zugang, den wir jetzt über Computermodelle sehr stark pushen, voranschieben. Das ist die Sichtweise des Menschen als biologische Maschine. Und dass wir immer mehr das, was im Menschen vorgeht, im Körper vorgeht, abbilden, maschinenartig über entsprechende Computermodelle. Langfristig würde das bedeuten, dass wir eigentlich den Arzt abschaffen. Das persönliche Verhältnis zwischen Patient und Arzt. Im Prinzip werde ich dann als Mensch angeschlossen an eine Maschine, die scannt mich, zieht alle Parameter raus und die hat auch meine Daten seit meiner Geburt. Und dann spuckt ein Algorithmus heraus, was mir fehlt und welches Medikament ich nehme. Und diese Beziehung Mensch-Patient-Arzt, die, denke ich, auch enorm wichtig ist. Und diese menschliche Ebene, der persönliche Kontakt, die könnte dann irgendwann abgeschafft sein. Das ist etwas, was mir möglichst Sorge macht. Spannend. Wobei ich jetzt, was mir jetzt spontan dazu einfällt, ist, dass die Ärzte, zumindest die Erfahrungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, oder auch über die letzten Jahre, nicht besonders erfüllend sind, sage ich mal. Ist richtig. Also da verlieren wir immer, weil die Ärzte sind ja getrieben und haben wenig Zeit für dieses Verhältnis zum Patienten. Und das wird aber befördert durch die technologische Entwicklung. Also jetzt momentan schon haben wir natürlich alle möglichen bildgebenden Verfahren. Ich denke, es wird noch sehr viel mehr kommen, dass alle Daten zu einem Patienten, egal Laborparameter etc., gesammelt werden. Und man versucht daraus dann Prognosen für Lebenserwartung etc. zu generieren. An Verbesserungsvorschläge. Sind wir schon wieder bei dem Thema Modellierungen und Prognosen. Ja, genau. Und wenn das zu sehr überhand nimmt, dann verlieren wir deutlich, denke ich. Ich weiß, wir werden das jetzt nur tuschieren an diesem Punkt. Aber da will ich doch noch einmal nachfragen. Also wenn Sie sagen, es gibt Prognosen dann über die Gesundheitsdaten. Das heißt, man nimmt verschiedene Parameter. Ja, die haben ja gesagt, die Daten werden gesammelt, wenn man auf die Welt kommt. Zum Beispiel dann auch verschiedene Faktoren, wie sich die Person ernährt und so weiter und so fort. Genanalyse. Ach so, eher dann über eine Genanalyse. Auch noch alles. Aber wenn man jetzt so rein so mal hypothetisch denkt, dass man quasi überwachen könnte, was die Person ist, dann müsste doch, okay, ich will jetzt nicht hier so komplett abschwurbeln, ja, aber dann müsste doch irgendwo ein Chip drin sein, der dann auch guckt, was man ist. Oder würde man das dann irgendwo händisch, datenmäßig irgendwo eingeben? Das wäre eine Option, die man dann machen könnte. Aber im Prinzip denke ich, gerade mit den Fortschritten der KI gibt es sicherlich Überlegungen, diese Daten zu analysieren und über die Datenanalyse dann auch entsprechend Vorschläge zu machen. Der Patient XY sollte das und das tun, damit seine Gesundheit sich entsprechend gut entwickelt. Und das wird dann immer mehr eben maschinell verarbeitet. Und der Faktor Mensch in diesem Spiel zwischen Arzt und Patient, der wird dann immer weniger werden. Okay, das ist schon interessant. Wobei ich da auch denke, das mache ich mich damit natürlich sehr unbeliebt, aber ich denke mir, dass maßgeschneiderte Medizin nicht unbedingt das Schlechteste sein muss. Aber es ist ja immer so, dieser technische Fortschritt birgt ja immer beides, also positive und negative Seiten. Also das ist ja eigentlich schon eine Binsenweisheit, was ich hier sage. Ich überlege gerade, ob ich noch, ja doch, die letzte Frage stelle ich jetzt noch. Ist unsere Welt, also jetzt als Mathematiker frage ich es jetzt, ist unsere Welt berechenbar? Das ist eine ganz schwere philosophische Frage. In der Physik beschäftigt man sich sehr stark damit, weil die Physik versucht ja, die Welt zu erklären, sozusagen die Weltformel zu finden für alle Zusammenhänge, die wir beobachten. Und die Sprache der Physik ist die Mathematik. Und es gibt tatsächlich Thesen, die sagen, die Welt ist nichts anderes wie ein riesiges mathematisches Konstrukt. Und das, was wir erleben, ist ein Algorithmus, der sozusagen in dieser Welt abläuft. Gehört da diese Simulationstheorie dazu, also dass wir eigentlich in der Simulation leben? Das ist damit verwandt, ja. Für mich ist das sehr abgehoben und weit weg. Insofern, ich denke, ich sehe die Mathematik eher als eine Art Geschenk. Das ist Teil der Wirklichkeit, das ist etwas, was die Natur sozusagen bereithält. Es ist nicht unbedingt ein Hilfsmittel, was wir Menschen erfunden haben, sondern sie ist wirklich da. Wir stoßen auf das, was in der Mathematik vorhanden ist, indem wir Forschung betreiben. Aber das jetzt als den Antrieb, sozusagen die Weltuhr oder den Weltmechanismus zu bezeichnen, das ist mir zu weit weg. Okay, also da doch noch etwas Bescheidenheit von dem Mathematikprofessor. Herr Simon, vielen lieben Dank. Ich möchte noch mal an die Zuschauer dieses Buch wirklich ans Herz legen. Ich habe es gelesen, nicht komplett alles, weil manche Sachen waren dann für mich ein bisschen kompliziert. Also zu verfolgen, aber es ist trotzdem sehr anschaulich und es sind viele interessante Anekdoten auch aus der Wissenschaftswelt drin, die ich vorher nicht kannte. Also die Macht der Computermodelle, Quellen der Erkenntnis oder digitale Orakel. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kossebeck. Es hat mich sehr gefreut.